Ich glaube, Hämorrhiden waren auch eine krisische Göttin, oder? Die Hämorrhiden waren Stamm. Eine Inselgruppe. Das war aus 300, ist das. Die Xerxes und die Hämorrhiden. Die Hämorrhiden, das war so eine Armee, die war gerüstet. Und die haben, wenn die gekämpft haben, haben die richtig genässt. Das war... Schlimm. Das war eine Arschlöcher, ne? Alter! Die Hämorrhiden waren... Ich glaube, die wurden dann nicht... Die wurden verödet.